Bevor wir diese explosive Neuigkeit enthüllen, bitte ich alle, sich auf dem Kanal anzumelden und die Benachrichtigungen zu aktivieren, denn was kommt, wird das Spiel auf eine Weise verändern, die ihr nicht verpassen solltet. Ernsthaft, Leute, das ist eine dieser Nachrichten, die unseren Verein auf den Kopf stellen werden. Mitten in all den Spekulationen hat der Trainer von Eintracht, Dino Topmüller, endlich Klartext gesprochen und die Fans mit seinen Enthüllungen sprachlos gemacht. Er hat keine Worte verschwendet und genau gesagt, was hinter den Kulissen passiert. Und glaubt mir, das wird für Gesprächsstoff sorgen. Topmüller sprach über das neue Talent Ekitike, das gerade vom Paris Saint-Germain gekommen ist und wie seine Anpassung eine Herausforderung war. Aber am überraschendsten ist, was er über die Erwartungen für das nächste Spiel gegen den VfL Bochum zu sagen hat. Es scheint, als gäbe es hinter den Kulissen viel mehr, als wir uns vorgestellt haben. Nun, die brennende Frage, hat Topmüller recht? Brauchen wir mehr Geduld mit den neuen Verpflichtungen? Es ist Zeit, sich zu äußern, Leute! Ich möchte sehen, dass jeder mit einem lauten Ja oder Nein in den Kommentaren antwortet. Und vergesst nicht, den Like zu hinterlassen, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, mehr Details über diese Bombe zu erfahren. Also, bleibt dran, denn wir werden alle Details bald enthüllen. Und in der Zwischenzeit unterstützt weiterhin Eintracht Frankfurt und bleibt Teil unserer Community.